Er hat wohl nix drin Hm, so Sorry, I'm re-AP Du bist so behindert Das Ding ist immer noch leer Hallo Obwohl, jetzt füllt er sich auf 100, guck mal Oh ne, der verbraucht zu viel, der schafft das nicht Wir müssen die Stromleitung erhöhen Oder wir stecken dem Typen direkt auf seiner Seite noch mehr hin Weil Leitungen haben wir noch 5 Stück Wie viele 1, 2, 3, 4, 5 5 5 Stück Generator 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 2, 3, 4 Neganator Das habt ihr gesagt Hallo Danny Hallo Centus Danny ist frei Es reicht, es reicht, es reicht Wer hat eigentlich diese Scheißkiste mit allen möglichen Kack zugeworfen hier? Wer hat hier Coins, äh Gold Coins reingeworfen? Vom V-Craft Oh Du selber Nein, wer hat dir ne Potion reingeschmissen? Du Das war gut Die Gist ist extra noch für die Workbench hier angeschlossen Ja, das war, ne? Der ist nicht Sorry, I'm re-API LoL 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 What the fuck is happening with the Cobblestone? Everything is happening with the Cobblestone Everything is happening with the Cobblestone Du hackst Du hackst Die Query is still going Ja, die Query is still going ETF? Ja Du hackst Du hackst Du hackst etwas Ah, voll scheiße, hallo? Lebe ich? Ja Nein, stirbt Wo machst du denn? Ja, ich hab alle... Ich muss alle Generatoren abbauen, weil ich dat ähm... Machen muss so Weil ich dat machen muss so pa lalalalalala da 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 Wie viel Items gibt es denn in der Mod�ck? So viele Hier ist ne Kiste, da sind alle Säfte und diese ganzen anderen Generatoren drinnen, ne? Wie viele Mods sind noch mal hier drin? 164 163 Boah, die los ist ne Thomecraft, ey. Ich hab kein Bug mehr drauf Ha 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 Schlimmste, mein Hörer Noch ein Thomecraft Thomecraft ist voll geil Ich krieg's ja schon das 약간 Lenny, was machst du an dieser Kiste? Denny, es reicht. Sag mir nicht, dass du irgendwelchen Unschund hier reinwirfst. Nein, das ist eine Craftingkiste. So, ja VIP hab ich gesagt, Zombie. So. Fünf Generators. Haben wir noch, ähm, Pipes? Was zur Hölle? Was ist denn hier, bitteschön, euer... Oh, bittesch, get out the way, bittesch. Move, bittesch. Get out the way, bittesch. A Nightrider ist wieder hier. Nightrider? Ja. Ach, Barrels? Ach, hier kannst du hier Wein machen und so scheiß, oder was? Wo? Das Vieh haut ab vor mir, wenn das ein Bogenschütze ist. Gucken. Ach, das ist sogar diese Mod. Ah, das ist diese Mod, die du bei den neuen Brecht da drin hast. WTF? Ja. Ja. Wir müssen noch einen größeren, äh, Radius bauen. Warum? Von den Pipes. Weil ich auf der anderen Seite das auch nochmal mache. Oh, machst du nochmal auch? Ja, wegen, damit der direkt selber noch Strom kriegt. Haben wir noch Glas hier? Ja. Ja. So, haben wir hier drei Stacks oder so? Das sind alles 64er Stacks, die da drin rumlaufen. Hier ist da ne, hier ist da ne Gold. Da muss noch Kabel dazwischen. Ah. Aha, okay. Findest du? Mhm. Cool. Runic Dungeons. Ach, ich dachte, wir haben so mit so einem Stift so, so Sachen auf dem Boden mal. Oder wieder irgendwelche Hexenbeschwören oder so. So. Ja. Der Hexenbeschwörer. Wie, jeder. Na, bestimmt. Da bloß auch ein Zauberer kann sein. Ja. Boah, wenn man Endermänner braucht, findet man keine. Ja. Und ein Triple Compressed Callstone. Hast du Langeweile, Lenny? Ja. Männer. Kommt davon mal, du. Schick mich irgendwo hin. Okay, Lenny. Ähm. Such Meteoriten. Genau. Du wolltest doch eben hingeschickt werden. Also, such Meteoriten. Los. Mit derf, hast du noch ne Eisenpipe? Ah, ich hab eine, okay. What can I do? Wann führt das Portal eigentlich? Ähm, zum Nether-Portal. So. Kommt das auch hin? So, wie kriegen wir das jetzt? Warte mal, das muss da hin? So. Ähm, die Smetery hat übrigens keine Lava mehr. Du auch nicht. Ähm, wir müssen das jetzt, dass das einen Umkreis macht immer, ne? Müsst ja normal hier der Brennpunkt da sein. Du kannst auch, wenn du Langeweile hast, mit Botanierpflanzen zusammengehen. Oder sich das falsch steht hier. Ja, was? Warte mal, der geht da rum. Geht einmal hier rum. Muss... Darunter. Geht einmal da rum. Geht einmal da rum. Was denn? Was? Ein Endermini. Oh nein. Ein Endermini, der Kypa angreift, aha. Pen, 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 pen! Du brauchst die grad irgendwie nix strennen oder so, oder? Endermini's tot, ooooh. Habs gekillt. Wir müssen, Inga, da musst du eben mit Pen kommen. Doch, ich will nicht jetzt schlafen gehen. Warum nicht? Weil ich grad Endermänner suche. Äh, die kommen eh nicht bei Regen. Ja und? Wenn du Richtung Wald läufst, dann stehen die auch irgendwo da unter. Too late. Too late. Too late. Yes, ihr Bespacken. Erst mir meine Enderperle klauen und dann sowas. Holy Heaven, lass you know. Nur weil es regnet, ist klar. Aber Regen ist hieslig. Ja, genauso wie du. Nein. Ich bin hieptsch. 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 Einzige, der das Gefühl hat, dass hier, äh, ein Strom reingeht. Jetzt. Ist der Einzige, der überhaupt was fühlen kann. So. Die hätte schon mal extra Strom. Jetzt müssten nur noch... Äh... Irgendwie hat unser Team wirklich die Stimmungsschwankung. Ja, das ist doch nix neues. Was ist eigentlich, wenn du so n... Top Goblin angreifst? Keine Ahnung. Warte mal, wär das nicht schlau, dass wir das von der anderen Seite pushen lassen? Maybe. Ich hab grad gar keine Ahnung. Wir droppen ja noch nicht mal was. Gerade. Der Loop ist grad irgendwie unterbrochen. Ja, den Loop... Da lieg ich auch gerade. Greifen dich auch noch nicht mal an. Das ist genauso wie bei Villager. Ja, das sind Villager ähnlich. Oh, ich mach die Zufuhr zum Crafter ab, ne. Warte mal, warte, warte, warte. So. Was hast du jetzt gemacht? Warum? Der Crafter, abgetrennt. Ja, der kriegt jetzt ne eigene Zufuhr. Ja, aber der hätt's doch dran lassen können doch nicht. Der geht da rum, der geht da rum und... Oh, der kriegt... Ja, dann verbraucht... ...viel Stunden und die anderen nicht. Gleich berichtigen wir uns. Der müsste so... Was machst du jetzt, Lenny? So. Ich esse. Ich esse. Dann lach ich auf Meteorienjagd. Oh. Er hätt' gesagt, sorry I'm VIP. Sorry. Nöbel. So. Das müsste den Loop jetzt erstmal aufhalten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hat er noch voll kaum Leben, steht da aber die ganze Zeit doof rum. Ich esse, hab ich doch gesagt. So. Wisst ihr, warum macht ihr eigentlich keine Livestreams? Ne, warum? Ja, weil ihr so seid, so diese Durchsuchte. War halt wegen meiner Leitung gefogelt. Und ich hab' keinen Bock dazu. Bei meiner Leitung kann ich's knicken. Und ich hab' einfach keinen Bock dazu. Ach, cool. Welchen Nutzen hat das Dede? Keine Ahnung, ist... ...gut. Vielleicht? Nein. Nicht, tut mir leid. Ja, geht doch. Ich hab' ne Enderkerle. Sorry, dass ich angegriffen hab, ja? Ist schon ein bisschen, ne? Ga 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 Ga. Wer ist hier Ga Ga? Ich nicht. Ihr, ja. Genau. Ist nicht Ga Ga. Die, 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 die. So. Ich mach' so, wo der sagt, mach' doch raus! WTF, jetzt müsste es ja eigentlich klappen, ne? Eigentlich. Also die produzieren jetzt rein für die Capitissive Bank, die irgendwie komischerweise immer leer ist. Und die andere Seite für den Crafter. What the fuck, what the fuck, wie viel Zeug, wie viel Zeug hier durchfließt, ne? Den sagst du. Den hat es auch gerade so geleckt. Guck mal, wie viel der produziert, jetzt wieder. Aber der kommt mit dem Beere nicht hinterher. Aber der Strom kriegt er, also kann er produzieren, schnell. Warte mal, kann der nicht so machen? Guck mal, hier hat er gleich einen Stack gefressen. Geht ein bisschen schneller. Für die Mod Nuclear Control 2. Das ist alles. Das ist alles. Bitte, ja. Nicht so eine dreckige Lache hier, bitte. Ist doch schlimm. Was ist hier los? Heftig, ne? Ein bisschen. Okay, ich geh wieder in die Hölle. Ah ne, ich muss jetzt erst dies Alu-Mind machen. Hör euch. Das ist Wahnsinn. Wir haben keine Lava. Lava Lava Lava. Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Was ist die? Where you being? Hinter...